Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der russische Agent nach New York City kommen, um den Präsidenten zu töten. Dieser Agent ist KA-12. Das KA-Programm ist ein Mythos. Der Scanner zeigt, dass er die Wahrheit sagt. Der Kerl redet Unsinn. Mach Schluss, Elf. Möchten Sie nicht den Namen wissen? Sie sind gut. Erzählen Sie den Rest der Geschichte einem meiner Kollegen. Der Name des Agenten ist Evelyn Solt. Mein Name ist Evelyn Solt. Dann sind Sie ein russischer Spion. Wo ist sie hin? Was tust du, Evelyn Solt? Das sieht nicht gut aus. Ich bin keine russische Agentin. Auf den Boden! Ich bin unschuldig. Jemand will mich reinlegen. Solt! Vielleicht ist Solt, wer Sie zu sein behauptet. Vielleicht ist Ihre Abteilung. Meine ist, sie zu fassen, damit wir es rausfinden. Fallen lassen! Ich bin nicht Möchten! Glauben Sie, jeder ist das, wofür er sich ausgibt? Wir haben einen Neuzugang, einen Überläufer. Keiner erkennt schneller, als du, wer ein Spinner ist und wer nicht. Heute wird ein russischer Agent nach New York City kommen, um den Präsidenten zu töten. Der Kerl redet Unsinn. Mach Schluss, Ev. Der Name des Agenten ist Evelyn Salt. Mein Name ist Evelyn Salt. Dann sind Sie ein russischer Spion. Wo ist Daddy? Wissen Sie, wer diese Frau ist? Was dieses Land ihr verdankt? Die Vorschrift ist eindeutig. Wir fassen sie. Oder legen Sie um. Da ist sie. Salt! Ich bin unschuldig. Jemand will mich reinlegen. Lasst mich meinen Mann finden. Salt! Vielleicht ist Salt, ja wer sie behauptet zu sein. Vielleicht ist Ihre Abteilung meine, ist sie zu fassen, damit wir es rausfinden. Sie haben mich. Sie war schneller als ich. Warum hat sie nicht geschossen? Hier läuft auch noch was anderes. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, bricht ihr bald die Helle los. Glauben Sie, jeder ist das, wofür er sich ausgibt? Altyazı M.O. T